So Freunde, ich will hoffen, dass ihr mich hören könnt. Ich will euch mal eine Berg-Session hier zeigen, wie ein gut abgestimmter Roller hochgehen muss. Und das mit einem Menschen, der sehr schwer ist. Natürlich jetzt für mich extrem schwierig, Handy halten, jetzt hier hochzufahren. Jetzt ist es mir an der Nase. Ja, hier sind schon viele Roller abgekackt. Ich denke mal 15 Prozent. Wenn wir hier haben, jetzt kommt das steigste Stück, dann guck ich das mal an hier. Ja, selbst mit mir. Also ich fliege mehr als zwei Personen. Ich gucke euch das mal an, wie der hier hochgeht. Ja, manche, die bleiben unten stehen und müssen dann hier einen Roller hochschieben. Wahnsinn hier, echt. Das ist echt der Hammer hier. Na gut, da mache ich euch mal aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschau. Bis später. Also ich bin unterwegs. Viacos Fera Air, stay 15. So, meine Frau wartet da hinten schon. Da steht sie. Seht ihr sie? Bisschen, bisschen backelig. Tschau. Ich habe ein kleines Video gemacht.